Moin Leute und willkommen beim Steinhaus TV Musik Tutorial. Wir nehmen uns heute den Coversong Annemarie 2002 vor. Und hier ist schon der Groove. Ich spiele auf der 2 und der 4 die Snare Drum und auf der 1 und der 2 und die Bass Drum. Und im Anschluss könnt ihr euch noch gerne Achtel auf die Hi-Hat legen. Für mehr Variationen im Sound könnt ihr euch gerne noch ein altes Snare-Fell auf eure Snare legen. Dann klingt die dumpfer und mehrer Richtung einer elektronischen Snare. Das klingt dann folgendermaßen. Oder falls ihr den Snap oder den Clapsound wollt, legt ihr euch einfach ein Splashbecken auf eure Snare. In dem eigentlichen Coversong Annemarie kommt eher der Snap vor. Und den habe ich gespielt, indem ich einfach nicht auf das Becken gespielt habe, sondern einfach auf das Fell. Oder wenn ihr ganz, ganz fancy seid, dann holt ihr euch noch eine zweite Snare dazu und dann könnt ihr richtig fett viele Sounds ausprobieren. Zack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack- Okay, das Wichtigste ist eigentlich, den Grundruf zu halten. Am besten, ihr legt einfach über diesen Grundruf eure eigenen Variationen und die eigenen Fills. Okay, danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Üben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!